Willkommen zum XXL Verstecken Video in der 3 Millionen Euro Villa mit den Jungs und Mädels. Das wird einfach nur nice. Wir zeigen euch jetzt mal hier die XXL Verstecken Location. Ich fange an zu suchen, die ganzen Leute hier haben 3 Minuten Zeit sich zu verstecken und dann habe ich nochmal 15 Minuten Zeit, am besten alle zu finden. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Okay, let's go! Der Janik fragt sich, wo ist das Bier? Wo ist das Bier hier? Schnell gefunden werden, dann kann man schneller Bier trinken. Richtig! Ich gehe jetzt auf Gäste-WC und ich schreie da, wenn los geht. Auf die Plätze, fertig, los! Wie ihr gesehen habt, Eren und ich. Duo Verstecken. Ich mache mir selber eine Stoppuhr, damit ich weiß, wann ich wo was machen kann. Yes! Weißt du schon, wo du hingehst? Ich gehe in den Olivenbaum. In den Olivenbaum? Wo ist der denn? Bierchen ist dabei. Der ist perfekt. Bierchen ist dabei? Ja. Du bist ein Macher. Ich glaube, du gewinnst das Ding. Ich glaube auch. Okay. Timer läuft. Nach 3 Minuten kann ich los. Ich kann hier ein bisschen rausgucken. Direkt einfach was für Essen mitnehmen. Geil. Ich höre nur die ersten Reden, die weißen. Okay, nein. Wir spielen das hier ganz fair. Fair and square. Und ich sei kurz einig. Der Eren, der Schwingel hat schon hier ausgekundschaftet. Und guck mal, was er macht. Wir sind hier gerade auf Mallorca. Wir haben extra für Verstecken-Video jetzt diese fette Villa gemietet. Nur für ein Video. In gleicher 15 Minuten und wir fliegen wieder nach Deutschland. Da fliehen wir trotzdem ein Verstecken. Guck mal. Chips packen wir uns mal ein. Könnte ein bisschen länger dauern, bis der Spidey mich gefunden hat. Okay. Eine Minute erst rum. Ich greife dich dran. Das ist immer das, was am meisten abfragt bei diesen Versteckung-Videos. Wenn du super bist. Warten, warten, warten. Komm rein, Brüder. Wie viel Zeit habe ich noch? 2 Minuten noch. Komm rein, Brüder. Ich hab dich auch nicht gesehen. Mach dieses Decklammerofen. Also, ich habe wirklich absolut keinen Plan. Ich habe gar keine Taktik. Ich habe keine Ahnung von irgendwas. Ich werde zuerst, ich werde zuerst mit dem Haus suchen. Helfen und nach oben nicht hervorarbeiten. Das Ganze hat 3 Etagen. Ich kann nur lieben, weil ich jetzt hochkratze. Oh mein Gott. Ah, das Geist ist krank. Einer setzt sich da wirklich in den Busch rein und der denkt, ich seh den. Seht ihr das? Ihr seht das nicht? Doktor. Einer sitzt da einfach im Busch. So. Was machen wir? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Also hier sind halt ganz viele Decken. Ich habe einfach Baba Versteck. Ich mache mich hier einfach so eine kleine Höhle. Ich liebe es. Also wenn das versteckliche Zielinformation ist, könnt ihr mir nicht erzählen. Ach du Scheiße. Hier ist wie Workpool. Hier ist wie Workpool. Da ist Baldi drin. Und ich muss da lang. Ich glaube hier ist keiner. Ach du Scheiße ist das dunkel. Das hier ist die Sauna. Leute, ich bin in der Sauna. Wir machen hier die Tür zu. Na, was passiert an? Ich wollte hier reingehen. Wieso bist du da? Wer ist das denn überhaupt? Janik. Janik. Ich komme jetzt hier rein. Ich habe keine Zeit mehr sonst. Das kann ich eigentlich nicht bringen. Das Ding ist so weiter da unten. Das sieht er mich. Oder ich gehe in den Pool. Ich glaube ich gehe in den Pool, Leute. Schreibe ich das noch zeitlich? Ich glaube ich gehe in den Pool. Fuck, jetzt komme ich ja nicht mehr rein. Yvonne. Yvonne. Hörst du das Klopfen? Irgendjemand geklopft. Fuck, ich bin hier draußen. Ich komme nicht mehr rein. Okay, ich muss hier bleiben. Ich muss hier bleiben. Ich habe keine Wahl. Ich muss hier bleiben. Ich sterbe. Der ist noch so steckig und warm. Hier in dem Zimmer ist kein Klima. Und ich bin hier zwischen Decken und Corona eingesperrt. Hier sind so diese Decken. Und ich... Ich lege hier einfach so. Wenn die Klospülung abhören, geht es los, Freunde. Drei, zwei, eins. Und es geht los. Und jetzt keine Zeit zu verlieren. Okay, ein schneller Blick. Und es geht ab in die Karte. Ich muss hier ein gequette Licht anmachen. Es ist so dunkel hier. Aber tatsächlich, hier ist keiner. Wie geht hier an? Oh, Jungs! Alter, du Scheiße! Ach, du heilige Scheiße! Oh mein Gott! Ey, ja. Das hätte fast funktioniert, Max. Das hätte fast funktioniert. Wie geht Licht an in diese Sauna, Alter? Ist hier einer? Warte mal, da ist so... Ey, ist hier einer? Nein! Wer ist das? Da ist einer. Keine Ahnung, wer das... Alter, was? Du hast da so ein Lifterstiefe dran, oder? Heißt du Holzi? Ja, das ist Holzi! Das ist Holzi! Bruder, das war übergut. Du hast einfach nur Pech, dass ich zuerst unten angefangen habe. Scheiße! Ich sag dir, wie es ist. Ja. Ey, wenigstens nicht der Erste, ne? Jetzt kann man 4-3, Mann. Alter. Stark. Stark, Jungs. Okay, damit ist unten erfolgreich abgearbeitet. Geist krank, dass der mich nicht gefunden hat. Leute, das war ein Schuss im Ofen. Das ging jetzt, ich weiß nicht, ob du es weißt. Aber ich war mit Yannick da unten. Der ist auch noch drin. Das habe ich mir nämlich immer aufgedacht, wo ist Yannick. Aber er hat nur mich gesehen. Yannick war da in der Ecke. Das heißt, Yannick hat da echt gute Karo. Wo war denn da Yannick? Also, in der Sauna, aber in der Ecke. Ich war echt eng. Also, ja doch. Das ist, äh, mein Schlafzimmer. Und da ist jemand unter Ben! Tatsächlich nicht. Bruder, okay. Ich muss mich langsam beeilen. Was gibt's noch im EG? Okay. Okay, ich muss hoch. Ich muss hoch, ich muss hoch. Was ist das? Guck, guck. Davon mal reinschauen. Also, falls ihr euch fragt, das ist tatsächlich, äh, Börex. Boris Nummer 9. Dein Schlafbereich. Ich weiß nicht. Alter. Hier. Wie spricht denn Boris? Welche Seite? Ich weiß nicht. Setz da mal einen Klops. Wir verfolgen Spicey jetzt und gucken, was der macht. Ich hab jetzt das Problem, dass das Verstecken mega gut ist. Einer setzt sich da wirklich in den Busch rein und der denkt, ich seh den. Aber Mann, wir ist einfach leer. Das heißt, ich werd jetzt versuchen, unentdeckt in die Küche zu laufen. Um mein Lospiel zu holen. Jetzt kann ich nicht mehr trinken. Da sind Blätter drin. Und da ist auch nichts mehr drin, großartig. Ich hab ihn gesehen, ey. Ich weh mich immer nicht. Aber ich wusste, wie kann ich knicken. Leute, wenn ihr mit dir wisst, wie ich hier gerade liege. What the hell? Ey, auf Dach vielleicht. So vier Minuten müsstest du ungefähr. Was macht er jetzt? Leute, aber guck mal hier, Jacuzzi. Und 2D will sich jetzt umbringen. Und hier ist aber ein Scooter. Oh mein Gott. Ist er jemand? Ja. Oha, da sieht man ihn. Ich bin der größte Pop, ne? Aber ich hab ihn gefunden. Nein. Nein. Geil, Alter. Wir gucken mal, ob ich hier noch heute sehe. Aber es ging nicht besser. Es ging nicht besser. Ah, keine Zeit. Ich muss weiter. Oha, wir wurden nicht absessen. Okay. Wir müssen nicht suchen nächste Runde. Schade, Max. Nächste Mal, ne? Ja, du warst zuerst. Das hat nicht mal eine Minute gedauert. Ich muss raus. Jetzt fängt es langsam an, Scherz zu werden. Ich werde zuerst alles am Pool absuchen. Ey, Tom, bist du noch da? Ah, da. Das hat mich fast aufgenommen. So kurz davor gewesen, diese Tür einfach wieder zuzumachen und zu sagen, hier ist keiner. Junge, Junge. Deswegen immer am Ball bleiben, Leute. Pass auf, hier keiner ist, Alter. Ich rüberkomme. Ah, ich weiß wo. Ich weiß nicht, was das ist. Was haben wir denn hier? Ich dachte, das wäre so eine Tonne, Alter. Da ist einer reingeklettert. Ja, das wäre ja schon nicht mehr erlaubt hier in der Zaun. Hier darfst du nicht. Hier darfst du nicht. Jetzt ein Catch auf Ansage, sag ich mal. Da nämlich. Du hast auch vergessen, dass da das Gäste-WC ist, oder? Ich habe genau sechs Minuten noch für fünf Leute. Fünf Leute. Jede Minute ein. Ansage. Vielleicht hast du auch Glück, dass zwei hinein versteckt sind, oder so. Das Ding ist aber. Das warst du noch nicht. Ich war jetzt überall. Nicht richtig scheinbar. Ich war jetzt überall. Du solltest dich beeilen, Kollege. Ich weiß nicht, wohin, Alter. In Autos. Unter Autos. Unter Autos. Ja, ist nichts. In Auto. Ich weiß nicht mal, wie dieses Auto aufgeht. Ich weiß sogar, wo drei sind. Was? Woher weißt du denn das denn? Ich bin krass. Ich glaube, der kommt jetzt gleich nochmal runter. Meine Fresse. Dann vielleicht doch nochmal im Keller gucken. Ist der Raum auf? Nein. Ich habe doch was gehört. Ich habe safe was gehört. Juhu. Aber wo macht die Lichter an? Ja gut. Ja gut, da ist ja nichts. Doppelpiece, meine Freunde. Hallo? Ich sehe auch was mit dem. Ja gut, da ist ja nichts. Oh meine Fresse, Alter. Der hat diese Sauna umgebaut. Ich hier gerade eh ein Bootcamp noch gemacht. Scheiße, du hast keine von den Weibern. Das darfst du Spaß, ey. Einen Raum oder einen Place kannst du noch abchicken. Danach vorbei. Das kann nicht sein, das kann nicht sein. Das ist das Meer, Leute. Das ist der Spidey. Ein paar Sekunden habe ich noch. Die sind irgendwie aufs Dach. Die sind irgendwie aufs Dach geklettert. Meinst du? Die Mädels wollen euch aufs Dach klettern. Meiner war ich. Mein Ehren und Börek fehlen auch noch. Die Mädels, keine Ahnung, Digga. Müsste jetzt vorbei sein. Ist hier oben mehr? Ist vorbei. Dann könnt ihr euch kurz verstecken zeigen. Ey, ich komme hier nicht raus alleine. Ich auch nicht. Ich komme hier nicht raus alleine. Könnt ihr uns helfen? Meine Fresse. Guck mal, hier Geisteskrank war schlecht. Oha. Was? Nein. Das ist ja wirklich Geisteskrank. Das ist ja wirklich Geisteskrank. Ich bin am schwitzen. Guck mich an. Jetzt komm, wir gehen zu Ehren und Börek. Wir sind draußen. Safe. Jetzt komm, wir gehen zu Hause. Hey. Boris natürlich. Hallo. Ja,FI. Das ist Wasser, was wir noch trinken müssen. Ihr habt gewonnen und Karin und Yvonne wurden auch nicht gefunden, sonst alle. Zweite Runde, Leute. Diesmal bin ich der Sucher. Mit mir? Ja! Sneaker sind angezogen und jetzt wird durchgesprintet. So und auf los geht's. Los! Hey, ich geh jetzt ins Wagen. Läuft schon Zeit, läuft schon. 17,550. Ich bleibe genau hier sitzen. Aber wir gucken durch Schlüssel. Also was der macht, ist mir auch Rätsel. Ich schau dir den an. Komplett dran. Oh! Ich hoffe, ich kann ja nach vorne schieben. So, zwei Minuten noch. Das hört sich so an, als ob die Jungs die komplette Bude auseinander nehmen. Keine Ahnung, was die da schon wieder vorhaben. Ich sag euch, wie es ist, alle oder keiner. Ich hab hier nur gewonnen, wenn ich alle wirklich finde. Leute, als erstes muss ich meine Badehose wieder anziehen. Ach du Scheiße. Das isse ich euch. Das isse ich eigentlich bis zur Zeit. Oh! Ich brich mich hier an! Hoch dich hin! Ja, 47 Sekunden, ja die kriegen 5 Sekunden extra von mir, weil ich bin ja später hier reingegangen. Das Ding ist, ich bin auf Toilette, ich muss jetzt los in 20 Sekunden und genau jetzt muss ich kacken. Scheiße, hätte ich die 3 Minuten mal besser genutzt. Weil selbst wenn der hier auf Ding geht, selbst wenn der so macht, dann sieht das aus wie ein Wäschehaufen. Ich hoffe, für meine Birne passt hier durch. Ja, sitzen wir schon für mich. Ich muss kurz gucken, wo ich die Kamera reintu. Also mein Plan ist, dass ich immer in den Pool gehe und immer im toten Winkel arbeite. Also immer da, wo Holzi gerade ist, bin ich dann genau auf der anderen Seite, dass er mich nicht sieht. Aber das nächste Problem ist, ich muss die Kamera halt auch gut verstecken. Okay, ich glaube sehr viel besser als so, geht nicht. Ich gehe jetzt in den Pool aus. Jetzt sind wir alle keine Freunde mehr. Hallo? Bis dahin? Ich bin einfach hier. Da ist nix. Hier ist keiner. Hier hinter? Ich war so sicher, du findest mich nie. Und hier steht sogar das Handy, geil. Eins. Ja. Nein. Ah, wachsam. Ah, scheiße. Ja. Ah, scheiße. Da seh ich Füßchen. Drei. Ich sag euch mal. Wie es ist. Das ist richtig anstrengend bei den Männern. Keiner im Schrank. Das hätte ich jetzt gedacht. Ah, Boris. Wie geht's dir, mein Bruder? Was geht, was geht? Alles gut? Bin ich der Erste? Ne, Vierter. Was soll ich machen? Was du hier wieder machst. Der schlacht immer mein Koffer. Kann da gar keiner sein. Unser Bett ist so der Kla... Ah! Das ist so der Klassiker, ne? Nee. Ich bin auch noch Harry, nur dann und ich. Ja, ne, nur ich bin da. Leute. Ich bin am Schwitzen wie ein Schwein. Ich kann nicht mehr. Aber wir ziehen durch. Wir müssen hier gewinnen. Wieder im Baum. Diesmal ist da keiner. Wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit, Leute. Wir haben noch Zeit. Nächstes verloren. Ah, okay. Warum steht hier eine Kamera? Weil der Tom hier drin liegt. Danke dir, Digga. Die Kamera hat dich verraten. Oh nein. Da hätte ich dich vielleicht nicht gesehen. Ich sag's euch. Hallo oder keiner. Ich muss noch drei Leute. Oh, Yannick. Hi. Hätte ich was nicht gesehen. Wie geht's dir, mein Freund? Ja, gar nicht. Willst du mir verraten, ob da einer an der Tonne sitzt oder spare ich mir die Zeit? Oh, das ist ja normal. Ein bisschen, ein bisschen Gesellschaftlichkeit. Wer wurde gefunden? Ich bin am Schwitzen schon. Wer wurde, wer wurde gefunden? Schau dir die an. Da ist die Schau. Die ist... Die ist... Die ist komplett nass. What do you mean by that? Oh, sie stirbt. Der war ein Drohner aus. Wie viele Minuten noch. 4 Minuten noch. Nein, nein. Bringt nix. Bringt nix. Bringt nix. Ist keiner auf dem Dach? Nein. Wirklich. Hörst du nicht? Der läuft die Hilfe. Hey! Kuckoo! Nur noch Karin? Der hätte ich mal nix gesagt, dass ich immer das gefunden hast. Buh, der ist übergeil. Ich bleibe mal in's Plik hier. Geil. Wird schwer, Bruder. Wird schwer. Ok, eine Minute, letzte Minute für Karin Katharina. Das war krass, das war krass, ich bin da rausgekommen, dann habe ich das gesehen, ich schwöre da gar nichts gesagt. Ich musste mich für einen Spot entscheiden, ich dachte hier vielleicht, ich schwöre auch alles länger. Ja Leute, halbe Minute oder so vor Abschluss geschafft, aber ich glaube, Ehren hätte ich nicht gefunden, hätte er nicht nochmal hier gepiept wie ein Mäuschen. Lasst ein Like da, ich bin nass geschwitzt, Sauna funktioniert glaube ich doch mittlerweile. Danke.